Guten Morgen allerseits. Wir sind hier mit Chris. Wir werden ihm einige interessante Fragen stellen. Ja. Hallo Leute. Ich werde einige Fragen zum Allgemeinwissen beantworten. Genau. Sie können auch teilnehmen, indem Sie Ihre Antworten in die Kommentare schreiben. Dann fangen wir an. Beginnen wir mit einer einfachen Frage, okay? Was sind die Primärfarben? Die Primärfarben? Das habe ich in der Schule gelernt. Die Grundfarben sind Rot, Gelb, Schwarz und Weiß. Sind Sie sich Ihrer Antwort sicher? Ich werde Ihnen eine weitere Gelegenheit geben. Was sind die Primärfarben? Ich dachte, ich hätte recht. Mal sehen. Dann ist es Rot, Blau, Weiß, Schwarz und Gelb. Die Grundfarben sind Rot, Blau und Gelb. Wissen Sie warum? Nein. Diese Farben können nicht durch Mischen anderer Farben hergestellt werden und bilden die Grundlage für die Erzeugung anderer Farben. Das ist interessant. Ich war sowieso nah dran. Fahren Sie bitte fort. In Ordnung. Was ist die Hauptsprache in Brasilien? Wissen Sie? Ich war noch nie in Brasilien, aber ich weiß, dass dort Portugiesisch gesprochen wird. Ist das richtig? Sehr gut. Die in Brasilien gesprochene Hauptsprache ist Portugiesisch. Brasilien ist das größte Portugiesischsprachige Land der Welt. Wussten Sie das? Nein, das habe ich nicht. Aber es ist toll, etwas Neues zu lernen. Nächste Frage, bitte. In Ordnung. Nächste Frage. Was ist das am häufigsten gegessene Lebensmittel der Welt? Das ist eine interessante Frage und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Mach dir keine Sorge. Reis ist das am häufigsten verzehrte Lebensmittel der Welt. Es ist ein Grundnahrungsmittel für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, insbesondere in Asien. Gut zu wissen. Ich habe etwas Neues gelernt. Nächste Frage, bitte. Ich werde es beantworten. In Ordnung. Nun eins über Literatur. Mal sehen. Wer hat Harry Potter geschrieben? Das wusste ich. Es beginnt mit er, aber ich erinnere mich nicht an ihren Namen. Es ist eine Frau. Das ist richtig. Es ist eine Frau. Die Harry Potter-Reihe wurde von J.K. geschrieben. Die Bücher erzählen von den Abenteuern des jungen Zauberers Harry Potter und seiner Freunde. Ich weiß, worum es in den Büchern geht. Ich habe sie nie gelesen, aber ich habe die Filme gesehen. Nächste Frage. Wer gilt als Vater der Computer? Vater der Computer? Ich weiß nicht. Alexander Fleming? Nein, nein. Bill Gates. Oder Nikola Tesla? Nein, ich weiß es nicht. Wer ist es? Ich werde Ihnen die Antwort sagen. Charles Babbage ist bekannt als Vater der Computer. In den 1830er Jahren entwarf er den ersten mechanischen Computer, die Analytical Engine. Kommen wir zur nächsten Frage. Was sind die vier Jahreszeiten? Oh, das ist einfach. Die vier Jahreszeiten sind Frühling, Sommer, Herbst oder Herbst und Winter. Sehr gut. Sie werden durch die Neigung und Umlaufbahn der Erde um die Sonne verursacht. Gute Antwort. Nächste Frage. Was ist die Hauptzutat von Sushi? Sushi? Ich nehme an, das ist Fisch. Weil es roher Fisch ist. Nein, das ist nicht korrekt. Die Hauptzutat von Sushi ist Essigreis. Und du hast recht? Sushi besteht oft aus rohem Fisch, Gemüse und Algen. Aber die Hauptzutat ist Reis. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Was ist der größte Vogel der Welt? Der größte Vogel der Welt? Lass mich nachdenken. Ist es der Adler? Nein. Der größte Vogel der Welt ist der Strauß. Es kann nicht fliegen, kann aber sehr schnell laufen und ist in Afrika. Verdammt. Nächste Frage, bitte. In Ordnung. Über Musik. Wer ist bekannt als der König der Rock'n'Roll? Rock'n'Roll? Bruno Mars? Die Jonas Brothers? Nein und Nein. Elvis Presley ist ALS, King of Rock'n'Roll, bekannt. Er wurde in den 1950er Jahren berühmt und hatte viele Hits wie Hound Dog. Oder Jail House Rock. Aber sie sind wahrscheinlich zu jung, um ihn zu kennen. Nächste Frage. Was ist der höchste Wasserfall der Welt? Wasserfall? Mal sehen. Es liegt in Südamerika, oder? Aber ich erinnere mich gerade nicht an den Namen. Nein. Entschuldigung. Ich weiß nicht. Der höchste Wasserfall der Welt ist der Angelfalz in Venezuela. Es hat eine Höhe von 979 Metern. Nächste Frage. Über das Universum. Was ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem? Ich liebe Fragen über das Universum. Mal sehen. Es muss Saturn sein. Es ist mein Lieblingsplanet. Nein, das ist es nicht. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass der kleinste Planet in unserem Sonnensystem Merkur ist. Er ist der Sonne am nächsten und hat einen Durchmesser von etwa 4880 Kilometern. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Okay. Wer hat das Flugzeug erfunden? Das Flugzeug? Nein, TU mir das nicht an. Ich habe keine Ahnung. Sag mir. Sicher. Das Flugzeug wurde von den Gebrüdern Reit, Ohrwille und Wilbur Reit erfunden. Ihren ersten erfolgreichen Flug absolvierten sie am 17. Dezember 1903. Nächste Frage. Wer hat das Gesetz der Schwerkraft entdeckt? Weißt du das? Schwerkraft? Tesla? Nikola Tesla? Das Gesetz der Schwerkraft wurde von Sir Isaac Newton entdeckt. Er formulierte das Gesetz der universellen Gravitation. Isaac Newton? Natürlich. Okay, nächste Frage bitte. Der Stopp Merlade. Wir haben keine Zeit für weitere Fragen, aber wenn Ihnen dieses Video gefällt, können wir mehr machen. Ja, genau. Ich höre. Hier ist das Gesetz der waving. Ich bin, ich bin dos Roberta. Ich bin, ich bin, ich bin ein. Ich bin, ich bin, ich bin mir dran. Ich bin dran. Vielen Dank.